Herzlich Willkommen zu einem LoL Ranked Mit 3 Mal Ja Das wird äh Eskalierende Rechnung Ey Junge Das werden wir rasieren also Was haben wir auf der Rechnung? Eie Ich geh mal 5 Tränke Äh 3 Tränke direkt Das äh ja Junge das muss sein Pflicht Ich hab gehört wir gehen invaden Ja komm Digga Ja Ja okay Der in Jungle Warwick Der startet vielleicht bei den Golems ne Der startet dann mit Golems Jetzt lass mal anfangen Tim Na vorne Achso ja Erst kommt er mit invaden Ja Ja was hol ich denn Ich hab Gesicht Oh Junge Oh Gott Ja easy going ich bin da jung Ja Soll ich meine Soll ich meine Soll ich meine Soll ich meine Nein Deine Kuh Okay Lass den einfach mal abpacken Deine W-Skill zu zuletzt glaube ich So war das mit Veiger Nico Oh Oh Jungen wir müssen unserem Jungler helfen sonst kriegt er nichts gesellen Ja Aber der ältere Jungler ist echt schulig Er fragt uns erstmal wie es uns geht also er kann nur gut schulig sein Wo fragt er wie es uns geht alter steht nicht in meinem Chat Hallo Ja nicht hier vor dem was mag Ich hab ihn aber erstmal gefragt wie es ihm geht ja Okay Mhm Mhm ich hab nichts davon gelesen Digga wir sind jetzt wirklich Was machst du hier eigentlich Ja das hört sich aus Ja das hört sich aus Ja das hört sich aus Richtig schön zu bei dir ja 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 Ist das dein Ding Ja Sorry gelogen Erstmal die Ehe aktiviert Was glaub ich schützt dich da erst denkt die sich einfach Jetzt mach mal deine Kuh zum Farbe Ja Du sollst die Minion auch bekommen Ja du hast einfach mal Hals, Maul ich Ich hab' gar nichts Ich hab' gar nichts Ich bin nackert Jung Ja der Wache bis jetzt schaden also Junge Ja bis jetzt schaden Ich möchte fest in dieses Spiel wird ein Easy win Ja Ich bezweifle das Ey unser Team besteht nur aus OP-Champs Ja Ja Denk dran deine Kuh kann zwei Minions hintereinander treffen Ja Ja Digga Jetzt fangen wir an Digga Hier Eisblock Jetzt Du blockierst mich da ja Digga ward mal da drin Ich will Morgana da sehen Ja ich hab kein Ward Wo hast du dein Ward verschwendet Ja den hab ich erst 30 Sekunden wieder Ja Digga den da raus fokussieren oder am besten gleich den Ja Digga wir sollten den Ja Digga wir sollten den der am meisten damage hat draus fokussieren Ja den Tower Hast du gut gemacht Ja jetzt Scheiß Ich hab ihn Eisblock Kann ich eigentlich mit mal Eisblock äh Jins Ulti Unterbrechen Keine Ahnung Weil er wird ja weggestoßt Digga die Ws geht so zuletzt Abstufe 4 Abstufe 4 Nur Flash top ja ist ok Also Jungler getoppt Hm Jungler ohne Kröte Warum Digga hol dir auch den Minion man Halt's Maul ich geh nicht in Tower Range Mark wie läufst du in der Mitte Gut eigentlich Ja Du musstest aber in die Base Wieso spielst du eigentlich Twitter wir mal Wieso spielst du Vega Heftige Kuh mal wieder Junge Heftige Kuh Oho 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 Gefahr Jetzt guck mal Zack Das ist ein Wort Digga deine W brauchst du so nicht einsetzen Ich verschwinde zu viel Mana Darum sollst du erst mit Stufe 4 skill Mann du verschwindest zu viel Mana alter Ja Oho Die Dodge Alter jetzt auf die Jetzt Wie sie kann da durch Ok dann halt auf den da Ja Gib ihn Ja bin dabei Jetzt gib ihn nochmal Was Nein Ja Woher kam Woher kam der Damage Digga wieso sind bist du so inkompetent man Ich hatte grad Heftige Lemo war tot Joge wir hätten einfach nur farben können aber nein Du verkackst es Ja Ja Das ist noch nie für nicht fertig Digga du bist bisschen leise Junge Hm Du bist bisschen leise Ja ist er immer Er will dir halt nicht gehört werden Das ist sein Ziel Wir müssen Untertitel einblenden Wir müssen Untertitel einblenden Ja 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 Mark stimmt nicht schon wieder witzig ey Weißt du Mark wird sein der das Spiel carried Ja Und Und Weiger wird der Champ sein der das feedet Oh Ella Ey Botlin fehlt Toplin Ja guck mal was macht sie denn da Was die Spiel gegen Darius Mit Ich weiß gar nicht wer besser ist eigentlich gegeneinander Fiore oder Darius Fiore hätte grad ein Feakill machen können aber nein Ja sie ist ein fairer Sport Ich hab schon ganze sieben Fähigkeiten stecken Heftiger Mager bist du So stolz auf mich Betreib bloß nicht die Lage Na gut Schön gemacht Digga Jetzt gib ihr Gib ihnen doch noch eine Gib ihm Multi Ja wir haben keine Multi Wow Wow Digga Was ist denn das für eine Ist ein Champ man Jetzt mach mal Damage Ja wir müssen die jetzt pushen lassen Ich brauche Ulti Vor allem eine Ulti Die bringt nichts gegen Jin Doch Junge Jo du stirbst gleich Ja Du stirbst gleich wieder Ein Mark tausch mal bitte Mit wem denn Mit Tim Ja Tim kommen wir tauschen Nein man Digga Du bist Schwäger Du kannst gegen Ari sogar gewinnen Nun sie hat ihre Ulti bereits Oh das ist ja schön Aber ey du bist Vager Ich kann nix Ich kann nix Weißt du der Typ hier kann auch nix wirklich Er rennt nur in diese Blubberblase von Morgana rein Äh Dingens ist was hier Warwick Warwick on top Äh middle Ne Bot Jetzt wieder middle Jetzt wieder Bot Heftiger Aktion hast du Super gemacht Ich block ab Alter ey ich geh weg Nein Nein Ja wie nein Ja nein heißt nein Nein Nird Oh Siehste erster Kill für uns Ja steht hier 1 Super Ja Das ist gut Ja Alter Die sind voll scheiße Oh jetzt der Weihnachtsmall kommt Wer bringt Geschenke also Santa Claus Ja Das freut mich Top lane ist wirklich die einzige Ley die dich fiedelt Ja woran liegt das Ey was heißt denn hey fiedelt Ja weiß ich auch nicht also Eigentlich die bot lane fiedelt auch nicht wenn da nicht so ein kleiner Gnome wäre der immer back geht Und das ist das Es gibt keine Ahnung Camry Ja Es ist ein bisschen schweig ist das Allein Weil First Pick Tryndam hier war in dem bisschen Ja Der ist aber auf Buster Echt geil ey Ah Ich kann nicht wohnen Ey der der bot-line fehlt Ich wusste gar nicht Trannel verbracht irgendwie gar keine Mana auf der bot-line Ja, vielleicht schweiß ich ihn einfach nur falsch. Ja, vielleicht schweiß ich ihn richtig, weil ich nicht so oft backgehe und meine Ulti bereits habe. Ja, ich hab's ja auch gleich. Also fast. Wow, ich bin gleich 6,5. Jetzt gib ihr doch mal was, Junge. Ja, Digga, was soll ich dir denn geben? Ich geb dir Eisblock und du gibst dir Stun. Ja. Nee. Jetzt gib dir Stun. Ich hab nur Eisblock. Ja. Und den in 10 Sekunden. So. Der hat Abklingzeit, Junge, der ist okay. Ja, außerdem macht sie dann einfach Schild und dann juckt sie mich. Ja, kann sie nicht, sie ist in der Luft dann. Ja, so. Oh, 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 oh. Ich frage mich, was ist das? Aber Jungler, jetzt kommt Jungler, jetzt, jetzt. Ja, super reingelaufen, wieder in die beste Attacke ever. Wo bleibt das? Jetzt start! Ja, vielleicht mal den ADC rausfokussieren. Jawohl, den ADC! Warum denn Dieter? Ja, der ADC, Jungs! Ja. Oh, nein! Jungs! Scheiße! Aber warum fokussiert die Morgana? Warum denn nicht? Das liegt schon wieder so geil. Dank meinem Flash hat er mich einmal nicht getroffen. Ich bin doch da, rauf da. Ja, los! Nein, hör, geh nicht drauf, das bringt nichts. Tim attackiert immer den, den man nicht tot bekommt. Was brauchen wir eigentlich nicht? Mag jetzt kill. Okay, das ist so, jetzt. Nein, ich bin nicht so. Noch bin ich so. Ja, wo ist denn mein Team-Mate? Ja, das frage ich mich auch immer bei Tim. Weißt du, der Jungler kommt. Wehe jetzt? Sie attackieren Morgana. Ja, es ist Moral. Warum Morgana? Was macht jetzt Ari auf der Lane, Dinger? Ach so, jetzt geht's mir nicht mit den Junglers. Ja, und Kain, das ist von der Mitte, das ist... Dinger, Hilfe. Das ist das, Alter. Mach doch gleich 8-8 dahin. Oh shit, ich bin schon auf der Lane. Oh, did dodge, Alter, did dodge. Ich hab Uld. Also jetzt geht's los. Bitte. Bitte sei leise, Alter. Ich dachte, das wird... Nein, und der Jungler macht auch noch den Fokus. Ja, der Jungler hat ja nur den Supporter bekommen. Nee, der hätte ja auch einfach mal ein Stück weiter reiten können auf sein Warzenschwein. Dann wäre ja auch am ADC dran gewesen. Ja, das wäre aber schon zu weit gewesen. Ich glaube, wir klatschen die jetzt. Ach so, ihr habt gewechselt. Ja. Jetzt geht's jetzt los. Woher diese Kommunikation auf einmal, ohne zu reden? Ja. Das ist Telephatie. Richtig. Ja, guck mal, der Tower nimmt hier endlich mal Schaden. Bei Mark, der hat das irgendwie nicht geklappt. Ja, der auf der Botler nimmt jetzt auch mal endlich Schaden. Und mir hat das auch nicht geklappt. Oh nein. Oh, war, aber ich hab' ihr Eisblock gegeben. Mark, du hast Zeit zum Laufen. Nutzen sie. Okay. Ja, so gut genutzt. Ich weiß. Wollen wir sich dicken? Nico, lass dir mal drauf gehen. Ja, Digga, das haben wir schon oft gemacht. Hat nicht so viel gebracht. Wir müssen einfach nur den anderen Typen da umbauen. Ja, den Revolverman, oder? Ja, okay. Jetzt den Revolverman. Okay, okay. Flash ist schon mal... Oh, shit. Retrieen. Keine SS von der Mitte. Guck dir diesen Midlaner an. Ja, sorry. Ja, sorry. Bisschen zu spät kommt ein Sorry. Jetzt sind wir alle tot wieder. Ja, was macht ihr da eigentlich? Ja. Keine SS. Mann ey, wir haben hier so richtig schön Kill rausgeholt, Tower... Du hast gar nichts gemacht, ne? Beim Kill warst du nicht beteiligt. Ja, ich wollte aber... Ja, 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 er wollte. Er wollte. Ich wollte auch schon so einiges. Ja, hat einfach nicht geklappt. Weißt du, das machst du und das macht man... Und dann macht man das hier, Alter. Okay, kann nicht mehr pingen. Die machen Drachen, glaube ich. Das ist sehr schön. Willst du nicht mal hingehen und gucken? Nee, die war irgendwie nicht so. Doch, Junge. Du bist Vaker. Okay, ich glaube, sie haben Baron gemacht. Ganz kleine Sache. Berg Drachen, was bringt der Scheiß noch? Der versetzt Berge. Das war ein richtig gutes Statement. Ja. Ohne Scheiß, das macht er. Richtig, ja. Siehst du diesen Berg da oder den da oder den? Die werden alle verschoben. Wir müssen doch an unserem Botlane Feinschliff arbeiten. Ja, vielleicht solltet ihr euch einfach mal anstrengen. Vielleicht mal es ist, ja. Guck mal, da ist er. Er gibt Eisblock, Digga. Gib ihn. Oh, Junge. Oh, weißt du, ich krieg hier den Tim 2.0, jeden Stun von Morgana und so mitnehmen. Ich krieg Mark. Mark, streng dich an. Streng dich an. Ich streng dich immer an. Das ist, du hast du diese Deutsch gesehen. Was? Uff. 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 Diese Leute sind böse. Aber da kommen wir, die haben nicht die Morgana nicht mal ein bisschen Respekt. Sie läuft einfach direkt in den Angriff. Alleine. Tim, hast du toll gemacht. Dann hast du richtig gut erzogen, die Morgana. Kein Respekt mehr hat sie vor uns. Alter, hier kriegst du Eisblock, Alter. Ist erstmal ausgesperrt. Oh, wie angst du auch. Da ist es. Oh, shit, man. Ich hab SS gesagt. Ist kein SS, man sieht das. Ja, jetzt ist es. Marc, hol mal einen Geniestreich raus. Ja, bin dabei. Okay, okay, okay. Ja, war gut, der Geniestreich. Jetzt gibt es Beißattacken, Alter. Beißattacken. Oh, shit, raus da. Kriegst du nur einmal ein Heel rein. Er sagt, oh Gott. Äh, Botnain tot. Botnain tot. Leute, was macht ihr? Botnain tot. Leute, ihr seid so ein Geniestreich. Botnain tot. Alter, ihr seid so... Geht nicht anders. Kein SS vom Jungler. Leute, ich will jetzt endlich mal Plathin werden. Ich will sie bei eins kommen. Interessiert aber auch keinen. Äh, Bronze eins. Wenn du Plathin haben willst, ja. Musst du den 10 Stunden Remix von dem Sengoku Saiyajin 3 Turn oder so anmacht. Äh, wenn du Plathin. Das Spiel ist eh gewonnen. Fiora Carried. Sie Carried, sie seht ihr, was für Plathin das gerade war? Der Gaseer, der Gaseer hat ein Autoattack geschlagen. unserer Seite damit können wir nicht verlieren außer es fokussiert den Support das war denn wo ist so ist es dann wo ist eine Ultikation mal an jetzt auch noch mal die Jugendliche um sie diese grieße Köln Alter was hast du eigentlich dass mich mal machen weil wir haben es war kein gut längst mit aller in der Kostzeile und sieben Stahlweiß sie war ist nur gestorben weil sie von auf der Portemonnaie durchfahren wer der arbeiter arbeit wurde wimmst du den zukunft was der dicker gegner verpiss sich da jetzt fieldig kommt mal ein euer unter er nein du bitte nicht ich nehme die fiora wachrichtig gute tritt immer pla was ein prexites her geht einfach auf die insel zurück mit dem abdeckung jetzt wurde nicht kommen wo nur noch der farm da ist das ist einfach nur er wird es mit so und so ja es ist ja nicht mehr als es das war der jungler seine ulti warum keine ss jetzt kommt ja 3 er kommen würde ja die kann ja nur schief gehen die kann nur klappen die dauerung der politiker durchlaufen die sie alle sie sind alles noch drin jeder lebt noch halbiert und wo jetzt mein wort er denkt sie ab kuckuck wo ich will mit uns schicken mit dem dortigen jahr ich glaube wiedersehen doch nicht so die Lerb was war das machen der viele als wohl bist du Gott der Welt ist auch gefiedelt da ich viele nur weil die Gruppe der Wege reißt nix kann er ja ich blöcke die Scheiße nicht für dich ja jeder für sich allein ja stell dich einfach dazwischen aber nein nein weißt du du hast meine Putnam einfach verlassen ohne mich zu fragen das hat mich tief verletzt mein Herz in zwei gespürt ihr seid einfach so schlimm im Markt 05 ist das dein Ernst ja wirklich du hast kein SS gesagt da sind wir beide verreckt das wünscht einfach so die Lanes ja das ist ey das so die ist die Botlane so unspurtlich dieser Ari Leute vielleicht ja ja die Ulti hätte sie nicht gerade ziehen können ja wenn sie vielleicht beeilt ja ey bitte ey ey ja ich komm mal geil nein ja war tot ich weiß gar nicht was ich kaufen soll so wirklich ich möchte nur sagen hätte Cichuani gerade die Ulti gezogen dann wäre Ari tot ich hätte überlebt als sie unterm Tower war ey Digga guck mal guck mal was für ein Glück der hat bei ihm laufen die Eifahrer er ist wichtig zu tun er hat er in der Nähe das ist alles ein er wird er hat auch vollkommen recht Junge wir brauchen kein Wünftige d Zutriger wir haben Eisbärge guckt die drückt die Minions weg die Titel sie ich bitte nicht sagt aber ich habe zwei Ruhm ich möchte nur eines sagen eine Person hier hat den Jungler schon hochgenommen indem er die Kröte genommen hat das reicht ja wohl schon aus guck mal ich schwere den Golem an hinter meinem Eisblock was will der? er denkt auch der soll mal weggehen alter ja Report alter ganz kleine Sache gibt es nicht zu diskutieren anstatt dem mal den Grunde ich reporte dich ich bin AP Carry sieht man nicht meine 0 AP guck mal guck mal hast du diesen Donner den Watch gesehen ich hab nicht mal das Herz gesehen Digga wir müssen top Yoga und so das ist Darius zu dem gehe ich nicht der hat eine große Axt Digga der sieht wie ein Pädophiler aus Jungs Jungs sie wollen doch schon wieder bisschen Hackmack machen die haben gesehen dass sie Kröter macht äh Flusskrabbe Jungs da ist Gefahr ja ist alles mal guck da haben sie gewordert da sind sie äh ja Morgana und so komm lass wo ich klatschen warum rennt ihr weg wir können nicht locker wir sind einer mehr ja wir sind der Überzeug au fuck au scheiß der Jungs ja geil noob down würde ich mal sagen ja aber ey wir sind der Überzeugung Leute jetzt macht die Drachen doch mach doch mach doch der Drache ist unnötig das ist Windrache wer will schon Windrachen ich will ein Feuer ey letztes Game war der OP ja der hat zum Sieg folgen nein der hat nen Scheiß gemacht was für am Ende doch Junge den hole ich mir die hole ich mir ok wir holen uns einfach Darius weil wir es können pfff ich muss hier weg ihr seid solche Ekel ihr seid so schlecht nein man Digga das Spiel läuft so wie es laufen soll die Gegner nicht viermal so viele Kills wie wir alles drin alles drin alles drin hätte ich nie überwiegst alles bis jetzt erst gespielt Hals im Maul du du hast verkackt auf der Botline wir können wir können die beide auf Botline können ne ich ich fokussiere den Supporter ne 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 und dann lassen wir beide verreckt immer noch erstmal die Support fokussieren ne ne ja fokussieren zu das sagt schon genug aus aber guck mal den den haben wir jetzt müssen wir mal angreifen da ja dein Fluss rappe zack easy mein erster Kill Jungs 1 6 jetzt geht's los ich bin direkt wieder tot auf dort wer da wird hat sein ulti noch mal da ist passiert bis hier wird keiner Darius gebannt oh da ja da ein ein mark vor dem mark oh schade schade kommt kommt ein Hit ein Hit warum rechst du weg du hättest sie äh nein du hättest ihm so Art ein Hit geben können ja jetzt steig ich wieder ab ihr seid so scheiße wisst ihr das eigentlich ey ich möchte nur sagen diejenigen mit null Kills an denen liegt das was wir verlieren ja null zu Mann ich schwör ey guck mal guck mal wer da wegrennen will nix da mein Freund ich mach sogar meine Ulti an ja Junge wie ich wie ich komme nicht hinterher ne ich krieg ihn ich krieg ihn ich krieg ihn ich bin schnell Junge 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 diese bisschen Junge ich mach erst du hinterher geraten Niko na der eine Hit ja du bist umgedreht als er hinein zu dir kam ich bin ich einmal umgedreht ja ja ich konnte nix machen ich brauche ein paar Hacks Alter so Apex oh man ey Digga das ist nicht schlimm das ist der Wolkendraht der hört sich nicht mal böse an Wolkendraht er ist so wie Sandmann oh 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 ja guck dir diese Noob an äh Mapwischen Digga ich sag nur Mapwischen Mapwischen Alter wie oft hat der Maka seine Ulti Digga Jin feuillet jedes Mal seine Ulti ab und die ist übelst OP ja das ist ich mag report in Vega ja 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 würde ich auch sagen ich bin der Beste von euch Mann als zu wollen du bist nur der Beste weil du die Lane verlassen hast die du gefeiert hast ja sieh dir an guck dir deine Lane an da laufen jetzt Super Minions rum ja was soll das ja wieso ja weiß ich nicht du warst denn mit Lane ab erklärst du es mir doch kaum ein Switch in irgendeiner Lane verliebt ja ja ich bin aber schön guck mal jetzt warst du Bot Lane jetzt pushen wir auf einmal Bot Lane durch woran liegt das das wieso haben wir unseren Teamman ausgesucht ja ich schwöre den sollten wir am besten in die gegnerische Base stellen dann gewinnen wir sicher ganz ja ey komm kill ihn doch Junge was machst du denn ja ich mach ich doch ich komm nicht hinterher ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich weiß nicht mal wie aber ich hab ihn ich hab ihn meine Ult oh boah ne was Tim wo war das Problem ihn zu töten also ich würd einfach sagen die sollten mit meinen Kills kaum zu spiel verloren oder ne ja also ganz klar jetzt wo er ein Kill hat kommt der damit richtiger Spazier Junge Jungs ja jetzt mach mal was ja siehst du was ich mache ich hol die unbillsten Plays raus und sterbe dabei ich entkomme nicht ah Fiora oder Eita wer hat die ey ich schwör wir verlieren nur wegen Darius wir verlieren nur wegen Darius was ist der über guck mal du kriegst nicht mal Darius gekillt vielleicht sie ist er klatscht nicht weg er klatscht nicht weg er klatscht selbst das warzenschwein weg außer den Tünten das das scale alter wie dicke ah buh das warzenschwein es rollt auf es rollt los es rollt los Junge Digga lass es lieber lass es lieber das endet nicht gut das Spiel kann nicht gut enden oh Junge wir müssen da mal hinterher Verfolgung aufnehmen wodurch bist du jetzt krepiert alter 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 rückzug meine Maus war gerade Juge ich schwör bei mir kam das Geräusch in der Aufnahme sieht man hört man das sicher dass meine Maus ganz kurz weg war dieses Bing Bing bei Windows ich konnte nicht umdrehen ich konnte nicht umdrehen